Hallo, wir sind die Sportexperten der Klasse 7b des Gymnasiums am Bötchenberg. Wir sind zu Eintracht Braunschweig gefahren und haben dort ein Interview mit dem Spieler Mirko Boland geführt. Der 28-Jährige hat viel mit der Eintracht zusammen durchgemacht, Gutes wie auch Schlechtes. Zum Beispiel den Aufstieg 2013 in die 1. Bundesliga. Viel Spaß! Wir sind die Sportexperten Thalia und Josy und freuen uns, dass ihr dir die Zeit genommen habt. Ich bin mal gespannt, was ihr so für Fragen habt. Wenn ich beim Fußballspielen lange auf der Bank sitzen muss, finde ich es langweilig. Ihr habt ja so eine cool und bequeme Sitze. Ist es dann immer noch langweilig? Ja, natürlich. Ich denke, jeder, der Fußball spielt, will natürlich auch auf dem Platz stehen. Dazu gehören natürlich gute Trainingsleistungen, damit der Trainer dich auch aufstellt. Hört dir etwas verboten zu tun, damit du dich nicht verletzt? Ja, es steht bei uns tatsächlich im Vertrag drin, dass wir möglichst nicht Ski fahren sollen, weil da ist die Verletzungsgefahr schon groß. Aber im Endeffekt kann es auch passieren, wenn man stolpert im Haus oder so. Deswegen sollte man immer ein bisschen vorsichtig sein. Hattest du vor deinem ersten Interview mehr Angst als heute, wenn du Interviews gibst? Ja, heute habe ich gerade, weil ich jetzt hier so zwei reizende Personen vor mir sitze, habe ich viel mehr Angst. Nein, also ich bin da generell ein lockerer Typ und ich quatsche einfach mal frei raus. Was spricht für dich dafür, dass du deinen Vertrag beim BTSV verlängerst? Boah, da sprechen ganz, ganz viele Sachen dafür. Ich fühle mich hier super wohl. Ich habe so viele Erfolge hier mit der Eintracht gefeiert, aber auch Misserfolge. Aber sowas schweißt natürlich unglaublich zusammen. Wir haben hier ein super Team. Was hältst du vom Videobeweis für Schiedsrichter? Ja, das ist eine gute Frage. Das ist immer so zwiespaltig. Ich meine, es macht natürlich gerade dem Fußball aus, dass man über Situationen diskutiert oder auch halt Fehlentscheidungen. Ich glaube, wenn der Fußball zu perfekt wird, dann geht so ein bisschen die Emotionen vielleicht verloren, weil alles nur noch korrekt wäre. In der letzten Woche ist viel über Doping in England in den Medien aufgetaucht. Glaubst du, dass Doping beim Fußball nützlich sein kann? Da kann ich gar nicht so viel zu sagen. Sicherlich gibt es wahrscheinlich irgendwelche Mittel, die vielleicht noch leistungsfördernd sein sollten. Aber ich kann da nur von abraten, denn ich denke, man soll ja beim Fair Play bleiben. Und deswegen verzichten wir gerne auf so etwas. Wie oft trainierst du in der Woche? Generell denke ich so ungefähr sieben Mal. Hinzu kommen dann noch immer so Einzeltraining, wo man, sag ich mal, nach dem Training für sich persönlich noch was macht oder halt vor dem Training ein bisschen im Kraftraum, Stabi-Training, manchmal ein bisschen Krafttraining. Und dazu gehört natürlich auch immer viel, viel Pflege. Halt gerade nach Trainingsanheiten, dass man mal ins Wärmebecken geht, Sauna, Massagen. Man muss sich gut ernähren, gute Ernährung ist halt auch wichtig. Das sind halt so alle Faktoren, die noch zusätzlich da hinzukommen. Hast du dann noch Zeit, einen anderen Job zu machen? Nein, im Moment ist es so, dass man als Fußballprofi wirklich sich da nur drauf fokussiert. Wurdest du während deiner Karriere von jemandem unterstützt oder gefördert? Ja, natürlich. Angefangen von meinen Eltern, ohne die wäre das alles gar nicht möglich geworden. Und die haben mich halt den ganzen Weg lang immer unterstützt. Und natürlich auch meine Freundin gehört dazu mittlerweile, die halt auch mal nach Niederlagen mich ein bisschen aufbaut oder manchmal auch ein bisschen meine Lauden ertragen muss. Und ja, da gehören halt ganz, ganz viele Leute dazu, auch Berater und Freunde, die halt einen immer unterstützen. Planst du eine Familie zu gründen in der Zukunft? Das ist eine sehr private Frage, aber die beantworte ich euch auch. Das habe ich schon vor. Die Saison 2015, 2016 scheint ja gelaufen zu sein. Gibt es ein bestimmtes Ziel, das du jetzt erreichen willst? Ja, gelaufen noch nicht. Es gibt noch genug Spiele und die wollen wir natürlich auch möglichst versuchen, alle zu gewinnen. Und das ist auch Geld für uns und für den Verein ist das auch gut. Und ich meine, da kommen so viele Leute immer ins Stadion, um uns zu sehen. Da wollen wir natürlich schon gucken, dass wir den Leuten auch was bieten. Triffst du dich außerhalb des Trainings privat mit deinen Mitspielern? Ja, sehr oft sogar. Ja, da sind wir halt Personen wie ihr wahrscheinlich auch. Ganz normal machen, Playstation-Armende, gehen ins Kino mal zusammen oder gehen mal einen trinken. Das gehört absolut auch dazu. Vielen Dank für deine ehrlichen Antworten. Jetzt gehen wir weiter an die X-Special. Das ist ein kleines Quiz und ein paar weitere Fragen mit Ole und Tim. Jawohl. Jetzt kommen wir zum Sportexperten-Quicks, dem schnellsten Quiz, das wir haben. Du hast eine Minute Zeit, um so viele Fragen wie möglich zu beantworten, die wir in der Schule gelernt haben. Mal sehen, wie viele du kanntest. Wie viele Kontinente gibt es mit der Antarktis? Sieben? Richtig. Was ist im Jahr 1967 gewesen? Boah, da fragst du mich was. Vielleicht Deutsche Meisterschaft? Die andere Braunschweig? Das ist richtig. Echt? Ja. Steigere das Verbgurt. Auf Englisch, also better. Weiter. Oh Gott. Best. Richtig. Jetzt kommt eine Scherzfrage. Eine halbe Glatze hat 100 Haare. Wie viele Haare hat eine ganze Glatze? Keine. Keine. Richtig. Wie heißt der grüne Farbstoff in den Pflanzen? A. Hydrophil oder B. Chlorophyll? Chlorophyll. Richtig. Danke, dass du bei dem Quiz mitgemacht hast. Aber jetzt kommen noch andere Fragen. Noch andere Fragen. Jawohl. Sportexperten extrem. Was war die extremste Erfahrung, gut oder schlecht, die du je in deinem Leben gemacht hast? Reicht eine oder soll ich beide sagen? Gut und schlecht. Du kannst auch beide sagen. Okay, gut, ich bin vor kurzem Onkel geworden und schlecht, boah, da ging es mir richtig schlecht. Bei der Aufstiegsfeier habe ich mit unseren Damen und Kollegen Benjamin Kessel den Flieger verpasst. Da ging es mir richtig schlecht. Du bist ein sehr guter Fußballspieler, aber welche Sportart kannst du nicht gut? Golf. Sportexperten Ticks. Du hast ganz besondere, vielleicht verrückte oder merkwürdige Macken. Ich zum Beispiel gehe immer als erstes in der Schule zum schwarzen Brett, um zu gucken, ob wir Vertretung oder einen Fall haben. Was machst du? Ich habe eigentlich keine Ticks, würde ich nicht sagen. Vielleicht, dass ich Helene Fischer höre. Okay. Sportexpertenmix. Nenne uns einen Spieler, mit dem du gerne mal in einer Mannschaft wärst. Ja, ich würde schon sagen, mit Messi macht bestimmt schon einigermaßen Bock, ne? Ja. Okay, hätte ich auch gesagt. Kannst du uns einen Trick zeigen, den du besonders gut kannst? Ja, da würden wir entweder einen Ball brauchen, ja, ansonsten fällt mir jetzt gerade gar nichts so ein. Ich kann Donald Duck-Sprache gar nicht. Ich zähle mal bis 10 jetzt, okay? Ja, versuch nicht zu lachen, sonst würde ich mitlachen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, drei und zehn. Danke, dass du mitgemacht hast und es hat so sehr viel Spaß gemacht. Ja, mir auch. War mal was anderes. Wir hoffen, euch hat unser kleiner Film gefallen. Es hat sehr viel Spaß gemacht, ihn zu produzieren. Eure Sportexperten aus Helmstedt. Tschüss! Eure Sportexperten aus Helmstedt.